Willkommen auf shaliastevens.com. Wenn Sie hier gelandet sind, wissen Sie vielleicht, dass es hier alles sich dreht um Coaching, Training und Beratung im digitalen Zeitalter. Mein Name ist Shalia Stevens und ich bin Ihr virtueller Coach und dafür, dass Sie gekommen sind heute, bin ich besonders dankbar. Und als Dankeschön kriegen Sie von mir eine besondere Information, eine kostenfreie Information. Sie finden sie hier auf dieser Seite. Das sind meine Top 10 Ressourcen und Tools für Coaching und Training im digitalen Zeitalter. Und warum brauchen Sie das? Naja, die meisten, die Ihre Dienstleistungen online verlagern wollen, entweder zum Teil oder ganz, sie wissen gar nicht, wo sie beginnen sollen und welche Tools sie eigentlich brauchen. Und sie suchen und suchen ewig im Netz. Auch diejenigen, die ein virtuelles Klassenzimmer lehren wollen, sie wissen nicht, welches Webinar-Tools brauche ich und so weiter. Und ich kriege so viele Fragen in Bezug auf, welche Tools brauche ich dann. Und ich habe gedacht, ich stelle das einfach zur Verfügung. Das habe ich getan. Wie kommen Sie an diese Information? Sie geben Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse hier auf der Seite ein und Sie gehen durch einen Prozess, wo Sie Ihre E-Mail bestätigen. Sie erhalten eben direkt eine E-Mail von dem System mit einem Bestätigungslink. Sie klicken drauf und schon haben Sie diese kostenfreie Information auf Ihrem Rechner. Sie könnten das anschauen und schon heute, jetzt sofort, beginnen die Tools auszuprobieren. Das sind wirklich bewährte Tools, die ich selber ausprobiert habe. Okay, also geben Sie Ihren Namen ein und wir sehen uns auf der anderen Seite. Ich freue mich, dass Sie da sind. Und übrigens, als zweiter Dankeschön kriegen Sie automatisch meinen E-Mail-Newsletter jeden Monat. Also, bis dann. Tschüss! Danke.